Gib mir dein Pausenbrot oder Gold-Sanatara. Freunde, willkommen zu einer weiteren Reaktion hier auf meinem wunderbaren Kanal. Heute auf dem Video, was ich schon eigentlich vor langer, langer Zeit anschauen wollte. Und zwar ist es ein Best-of vom Jahre 2020. Es ist von jemand aus der Community gemacht worden, der gute Fleckmon, kurz geht raus. Der Fleckmon, der ist wild. Und ich bin auch wild. Kann sehr wild werden. Ich bin sehr gespannt, was für Sachen uns dort erwarten werden. So, hier haben wir das Ganze. Und was ich hier sehe, das ist mein altes Set. Ich bin ganz ehrlich, mein altes Set war schon extrem geil. Dann haben wir die ganzen Base-Set-Carden hier im Hintergrund. Der Pokal, der immer noch am Start ist, weil er einfach Instant-Classic ist. Die Generation-Box, dann haben wir hier die Majestät. Das ist alles so classic. Schauen wir rein. Synchro. Bombenprank. 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 Was? Wing-Deck bauen. Weil ich möchte ganz gerne meine Freundin schlagen. What the fuck? Was sind das für Clips, Alter? Das ist komplett aus dem Kontext gerissen. Als erstes macht er hier den hungrigen Hugo gefühlt, Alter. Und die Bombenprank und sonstigen Kram. Und jetzt boxe ich meine Freundin oder was? Alter, Fleckmon, du kriegst ein paar auf die Schnauze, ey. Fleckmon und Anton, die beiden Derpys, wenn ich die Karte hier rausbekomme. Sehr, sehr schön. Wie die beiden. Maro. Verliebt. Meere. Ja, Secret Rare Tag Team Karten. Fleckmon haben. Oh, guck mal da, Digga. Bisschen selbstverliebt ist er ja, ne? Tatsächlich einfach Aquana am Kopf. So eine Holo-Aquana. Holo-Aquana. Welten ziehen wir jetzt safe? Runter! Magie! Ich liebe Kegi, Alter, ey. Schade, dass er nicht mehr so viele Videos macht. Also, jetzt halt nicht mehr, weil ich hab auch nicht mehr so viel Geld. Nicht süchtig. Aber damals hab ich das sehr, sehr gern gemacht. War so eine kleine Suche, muss ich fast sagen. Könnte, ja. Ja, ja, schon ein bisschen süchtig, aber nicht süchtig. Ja, es trifft ganz gut. Keine Ahnung, ihr müsst euch das so vorstellen. Ich hab Gefühl, ich sag so, yo, ich geb noch ungefähr 300 Euro für Pokémon diesen Monat aus. Ist so Ende des Monats. Auf einmal hab ich Produkte für 2000 Euro gekauft und ich weiß nicht, wie ich die bezahlen soll. Hier! Mein Waifu ist hier! Sprachen lernen Bubble. Hä? Was war denn daran falsch? Mein Waifu ist hier? Mein Waifu ist hier! Mein Waifu ist hier. Ist das grammatikalisch falsch? Mein, ne? Oh, stimmt. Sprachen lernen Bubble. Mein anderes Waifu ab. Und zwar die gute Kate. Sprachen lernen. Sag ich das so falsch? I mean, ich bin Legastheniker, aber das hat mir, glaube ich, sonst noch nie jemand gesagt hier, Alter. Das ist doch schon fünf Booster hier leider nur im portugiesischen Diamond and Perla. Alter, ich seh aus wie der andere Mörder in diesem Wollkragenpullover. Ganz, ganz, ganz wild, ey. Wenn ich jetzt noch ne Brille aufhätte, ne Schal und ne Mantel hätte. Alter, ich seh aus wie so ein legiter Typ. Portugiesischen Diamond and Perla. Booster. Sprachen lernen. Ach, keine Ahnung, Alter. Ich bin so wortgewandt. Ich hau immer falsche Sachen raus. Gibt es teure Energiekarten? Tatsächlich bestimmt. Tatsächlich bestimmt, Alter, ey. I love my language and everything. Gigantisch. Ding ist halt einfach, wir bekommen ein Hidden Fates. Oder ein Hidden Fates. Ist ein schwieriges Wort, ne? Und es ist Hukumil. Hä? Hukumil? Humanolith? Bist du dumm? Ich gucke mir meine Videos wohl selber gar nicht mehr an, obwohl ich die meisten selber schneide. Keine Ahnung, wie die Pokémon heißen. Keine Ahnung, wie der Satzbau ist. Bin ich wirklich so lost? Ende 2012. Das ist fast zwei Jahre alt, das Video. Hä? Das ist zwei Jahre alt. Oh, Juni. Warte, warte, du willst mir sagen, dass wir es 2014 haben, statt 2020. It's Big Brain Time. Einfach zu smart, sag ich euch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Ich kann euch genau sagen, welche Karte das ist. Ne, kann ich euch nicht. Aber es ist wahrscheinlich die Tag Team Trainerkarte und ich bin gleich ultra debated. Oh mein Gott. Kann es sein? Nein, 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 ich hab die selbe Reaktion, Alter. Ich wurde so gebaitet. Bin ich eigentlich ein krasser Kerl, dass ich genau wusste, was ich ziehe? Oder ist das jetzt eher so, dass ich Vertrauen an mein Packluck verloren habe? Ich bin alt. Ich bin alt. Ich werde alt. Und ich weiß es selber gar nicht mehr. Und warum bin... Toll, dann haben wir jetzt zwei Rentner. I was smoking cigarettes on Patios. Ich will nicht alt werden, Alter. Was ist das denn? Ich muss gerade wirklich auf meine Visage klarkommen, wie ich da aussehe. Legit, ich sehe aus wie mein Opa. Das ist ja anders heftig. Ich bin gerade sowas von geflasht, Alter. Und nicht mal von meinen Pop-5-Packs hier auf meinem Rollator. Aber das Nachtara hier, was am Start ist. Und kannst dich direkt mit dem anderen in die Winkelrunde setzen. Oh mein Gott, Alter. Das ist das gleiche Bild. Ich glaube schon, er hat sich nicht die Mühe gemacht, zwei zu bearbeiten. Ich hab Angst vor der Zukunft, Alter. Ich hab Angst vor der Zukunft. Und die Zukunft. Das wäre der Burner. Mit dem Turner. Oh Mann, Alter, ey. Das Video wird auf jeden Fall immer besser, muss man sagen, oder? Ich bin... Ich war am Anfang so... Ja, okay. Es ist so ein Best-Obs ganz süß. Aber jetzt gerade bin ich sehr, 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 sehr begeistert. Es ist sehr unterhaltsam. Kuss geht raus, Fleckmann, Alter. Mach gerne mehr, wenn du darauf Bock hast. Und wenn es nicht drei Jahre dauert. Kuss. Ich mach jetzt kein Zapdos-Geräusch nach, Alter. Ihr wollt doch nur, dass ich mich wieder zum Horst mache. Ja, ja, das hast du schon längst. Hier ein paar Beispiele. Best auf, wie sich Dario zum Horst macht. Die Öle des Chaos. Bruder, zu viel Alkoholester Nacht. Wow, ich kann nicht mehr laufen. Oh, nee, ich falle. Dio Brando. Wie findet ihr das, Gerardos? Ich find's sehr op. Also, hab ich auch schnell gelöst, das Puzzle? Hater würden sagen, ich hab geschummelt. Also, shiny Nachtara, dafür würde ich töten. Also, falls ihr einen shiny Goldstar Nachtara habt, sagt mir nicht, wo ihr wohnt, denn... What the fuck, was hab ich da gesagt, Alter? Ich komm vorbei wie der Cherox und dann massakriere ich euch. Also, bringt schnell eure Nachtara-Goldstars in Sicherheit, bevor ihr euch findet. Was zur Hölle, Alter? Gib mir dein Pausenbrot oder Goldstar-Nachtara. Zwei Ultra-Raits aus so einer Kackbox? Also, Leute, wenn ihr da nicht zuschlagen solltet... Portale habe ich nie gespielt. Ich habe Portale auch nie gespielt. Ist Portal in die Endlichkeit bad oder gut, Chat? Warte, warte. Ich hab's gespielt. Ich hab's gespielt. Ich hab's gespielt. Es war einer meiner ersten Let's Plays. Ich weiß es. Du brauchst es mir nicht sagen. Wie dumm war ich denn, bitte? Da hab ich was anderes in Erinnerung. Portale hast du doch Let's Played. Ah, Super-PMD meinte ich. Super-PMD. Das habe ich... Ich hab mich gleich berichtigt. Davon habe ich keine Ahren und Geist. Ach ja, keine Ahnung. Habe ich Super auch gespielt. Okay, okay, okay. Ich weiß nicht, ob was für Substanz nicht da damals war. Aber... Wenn ihr das Video bisher geguckt habt, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Kritik und Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Und wir sehen uns in ein paar Monaten. Ja, Fleckenwann, was soll ich sagen, Alter? Das war dafür, dass es dein erstes Video, also dein erstes Dingsten war. Wie heißt sie? Best of... Verdammt witzig. Kannst du gerne weitermachen, Fleckenwann? Finde ich mega cool. Also da... Kurs geht raus, Junge. Kurs geht raus. Weisheiten mit Zerro. Können wir mal kurz reinschauen. Pokémon! Pokémon! Ja, Pokémon. Es ist Pokémon. Pokémon. Pokémon.